So, hi und hallo mal wieder, heute öffnen wir wieder ein Lego Tütchen und zwar Lego in Friends und zwar das wird wohl ein Tütchen sein von Hunde Friseur und da schauen wir jetzt mal rein und bauen es natürlich auch auf. Es sind nicht viele Zeile wie ihr seht und vor allen Dingen bunte grille Farben, keine Bauanleitung drin. Aber man kann sie ja so zusammenstecken und bauen wie es auf dem Bild ist. Ach, das Hundilein, das kriegt noch ein Schleifchen. Na, das Loch ist aber wirklich ziemlich klein. So, das ist nun das aufgebaute Produkt. Wie ihr seht bunte grille Farben gehören wirklich zum Hunde Friseur oder Hundestudio oder oder. Ich hoffe ich konnte euch helfen wie das fertige Produkt aussieht, was in der Tüte steckt und sage deshalb wie immer bis Bis demnächst, guckt hin und schaut zu.